Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Flaschenbauer. Ich bin's wieder, Euge Steffi. Ja, schaut mal, was heute vor mir steht. Und zwar sind es leckere Schokokühchen. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, dann bleibt jetzt dran und schaut mir zu. Bis gleich! Was ihr dafür braucht, das zeige ich euch jetzt. Und zwar haben wir hier einmal Mehl, dann haben wir hier Zucker, ihr braucht drei Eier, gemahlene Mandeln, ihr braucht Butter und Backpulver, dann braucht ihr Nutella oder eine Schokocreme und ihr braucht Zartbitter-Schokolade. Genau, wie viel ihr von was braucht, seht ihr wieder unten in der Videobeschreibung. Genau, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. Ich nehme hier so ein Glas und die Butter. So, und reibe dann das Glas mit der Butter schön aus, damit nachher unser Küchle nicht im Glas hängen bleibt. Genau, das machen wir jetzt mit allen Gläsern. Und dann wollen wir als nächstes, so viel kann ich euch schon verraten, als nächstes wollen wir dann unsere Zartbitter-Schokolade schneiden in kleine Stückchen. So, wie ihr sehen könnt, die Gläser sind alle eingefettet. Die stellen wir jetzt hier zur Seite, die brauchen wir ja erst später. Ich habe jetzt gerade mal den Backofen auf 180 Grad, Ober- und Hitze vorgeheizt. Genau, und ja, den lassen wir jetzt einfach, dass er schön vorheizen kann. Und wir widmen uns unserer Schokolade. Genau. So, haben wir noch ein Messer. Und dann wollen wir doch gleich mal anfangen. Wir schneiden einfach jetzt mal die Zartbitter-Schokolade in kleine Stückchen. So, wie ihr sehen könnt, ich habe die ganze Schokolade schön gehackt. Die geben wir jetzt einfach mal hier rein, in unsere Schüssel. So, und jetzt geben wir in unsere große Schüssel die Stückchen, die Butter. So, und die Nutella, das Nutella. So, und jetzt wollen wir das Ganze mal schön untereinander machen. Genau, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. So, die Stückchen sind schön da unten mit dem Ganzen verquirlt worden. Jetzt machen wir ganz kurz unsere Schneebesen hier sauber. Und dann müssen wir nämlich noch den Zucker mit den Eiern verquirlen. Genau, die Schüssel stellen wir so lange mal beiseite. So, als nächstes nehmt ihr euch den Zucker und gebt die Eier da rein. So, ich muss können die Hände abwaschen und dann können wir das Ganze miteinander verquirlen. So, jetzt geht's los. Und jetzt wollen wir unsere Schokomasse darunter rühren. Dann geben wir unser Mehl da dazu. Und die Mandeln. Machen auch das untereinander. Und geben noch einen Teelöffel Backpulver mit rein. Und das Ganze wollen wir jetzt auf niedriger Stufe mit unserem Handrührgerät untereinander machen. Fertig ist unsere Schokomasse. Und die wollen wir jetzt in unsere Gläser geben. So, dann wollen wir doch mal unser Glück versuchen. So, wie ihr sehen könnt, die Masse ist jetzt auf den Gläsern verteilt. Und ich stelle das jetzt einfach hier auf mein Backblech. Und werde das Ganze jetzt so circa 20 Minuten lang backen lassen. Und werde immer wieder zwischendurch eine Stäbchenprobe durchführen. Genau. Und dann begrüße ich euch, wie die Küchle geworden sind. Bis gleich. So, wie ihr sehen könnt, ich habe die Schokokühchen jetzt aus dem Ofen rausgenommen. Und ja, die sind sehr, sehr heiß. Deswegen werde ich sie jetzt mal nicht anfassen. Aber, ich würde sagen, die sind richtig gut gelungen. Und ja, wie ihr seht, ich bin am Ende meines Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen. Und ja, vielleicht wollt ihr die Schokokühchen ja gerne mal nachmachen. Dann schwingt euch in die Küche und let's go, würde ich sagen. Dann, wie gesagt, bin ich am Ende angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, lasst gerne ein Like da. Abonniert gerne unseren YouTube-Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bleibt gesund. Euer Steffi. Ciao.